Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und gemeinsam mit euch möchte ich einfach mal ein bisschen den Wahnsinn der letzten Tage kommentieren und bin auch gespannt, was ihr sagt. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, da bin ich doch ein bisschen stutzig geworden oder vielleicht verwundert und da hilft es doch manchmal doch die Internet-Community zu befragen. Also wir schauen gleich mal auf die Ereignisse rund um Donald Trump, aber auch was ja bei El Hotzo, dem, ich weiß gar nicht, immer noch ehemaligen Gag-Schreiber von Jan Böhmermann, was El Hotzo da auf Twitter veranstaltet hat und was da gerade auf ihn niederprasselt. Ich habe dazu ein paar Gedanken und Äußerungen und die würde ich gerne einfach mal zur Diskussion freigeben. Zunächst einmal, was ist passiert? Ja gut, wir kennen alle jetzt mittlerweile dieses Bild. Es ist wirklich, muss man sagen, also wenn man ein Drehbuch schreiben würde, dann würde man diese Szene da reinschreiben. Missglückter Attentatversuch, jemand wird von der Bühne gezogen und im letzten Moment regt er noch die Faust nach oben und schreit Fight, Fight. Und das muss man Donald Trump wirklich mal lassen. Er hat da ein Gespür für Vermarktung. Ich würde auch sagen, das ist ikonisch für die USA. Also Showbusiness bis wirklich, in dem Fall jetzt nicht, aber bis ins Grab kann es gehen. Dass man in dem Moment eben auch dann auch noch, ich weiß es gar nicht, sind es Eier, die er da hat oder ist es Waren? Ich weiß es nicht. Aber dass man da doch nochmal kurz schaltet und sich denkt, boah, das sind Bilder, die kann ich jetzt gebrauchen. Und noch eine Kampfansage an die eigenen Leute. Hui, äh, beunruhigend. Jetzt gab es natürlich viele Reaktionen auf diesen Attentatversuch. Ich würde mal sagen, die Mehrheit in der Medienlandschaft verurteilt das natürlich zu Recht aufs Schärfste. Normalerweise schwinge ich nicht einfach nur in irgendwelche Sachen mit ein, aber in dem Fall, glaube ich, ist es so ein No-Brainer. Das kann man ruhig mal machen und sagen. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Trump ist, ein Biden ist, ob das irgendwelche deutsche Politiker sind, die wir alle kennen. Ich glaube, Anschläge, Mordanschläge, Angriffe generell, das geht einfach gar nicht. Damit eröffnen wir eine Abwärtsspirale und die ist für alle immer nur schlecht. Dabei gibt es keine Gewinner. Das sieht aber einer irgendwie anders, zumindest in der Nacht. Ich weiß nicht, ob da auch noch ein bisschen Alkohol oder Restalkohol im Spiel war. Al Hotzo, der, ich weiß gar nicht mehr, ehemalige, immer noch Gag-Schreiber von Jan Böhmermann, hat kurz nach dem Bekanntwerden dieses Attentatsversuchs einen Tweet rausgehauen, den er mittlerweile gelöscht hat. Und rund um diesen Tweet, da passiert gerade echt viel Interessantes und da blicken wir einfach mal rein. Also zunächst einmal müssen wir ja wissen, worum geht's. Und hier sehen wir den Tweet, den Al Hotzo kurz nach dem Attentatsversuch rausgehauen hat. Wir sehen auf der einen Seite den letzten Bus, auf der anderen Seite Donald Trump. Und was haben diese Sachen gemeinsam leider knapp verpasst? Zuschauer meiner Sendung wissen ja, ich bin kein Moralprediger und vor allem bin ich auch kein Humorpolizist. Ich werde nicht darüber urteilen, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Bei manchen wird es vielleicht einen Lacher ausgelöst haben, bei anderen nicht. Bei denjenigen, die jetzt sagen, sie finden das total empörend und werden stinksauer, da würde ich dann immer sagen, ja, weiß ich nicht. Also wenn dich irgendein Tweet von einem Al Hotzo sauer macht, dann überleg vielleicht nochmal das Handy wegzulegen, was Schönes stattdessen zu machen. Gib niemals anderen Menschen so viel Macht, dass sie mit ein paar Zeilen oder ein paar Buchstaben so viel Macht über dein persönliches Wohlempfinden haben. So, wir können aber natürlich etwas daraus ableiten. Wir können analysieren. Wir können versuchen zu verstehen, was geht in Al Hotzos Gedankenwelt so ab. Und ja gut, er hat jetzt erstmal so diesen mehr oder weniger Gag gemacht. Und wir sehen, ja, er hat eine kleine Wertung mit drin und zwar dieses leider knapp verpasst. Also ist halt doof, wenn man den letzten Bus verpasst. Und ist halt doof, wenn man den Ex-Präsidenten Donald Trump nicht hinrichtet. Ich zog immer ein bisschen zusammen, wenn Menschen so eine Geisteshaltung zeigen, die darauf schließen lässt, dass ihnen nicht mal nur der Tod von anderen egal ist. Das könnte ich noch irgendwie akzeptieren. Nein, dass sie sogar, naja, es schade finden, wenn jemand nicht stirbt. Und das, ich weiß nicht, Leute, also das geht ein bisschen weit. Und jetzt könnte man sagen, okay, weiß ich nicht, ist halt so ein mehr oder weniger Satiriker vielleicht. Aber er hat es noch schlimmer gemacht. Das ist wirklich, jetzt gucken wir auf den zweiten Tweet. Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Und spätestens jetzt haben wir auch gar keinen Zweifel mehr daran. Da sind ein paar Sicherungen bei El Hotzo durchgebrannt, würde ich sagen. Also das ist ja wirklich fernab von Gut und Böse. Das ist ja, ich finde es fantastisch, wenn Faschisten sterben. Und dann kommt bei mir natürlich so ein Gefühl hoch, das hat natürlich auch damit zu tun, dass El Hotzo mich bei Twitter blockiert hat. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum, weil ich, glaube ich, mal irgendwann ihn auch wieder ein bisschen auf seine leichte Radikalisierung angesprochen habe. Zack, Block. Und ich sehe ja auch, wie so ein paar El Hotzo-Fans oder so eine Bubble rund um ihn, wie schnell sie mit dem Faschistenbegriff um sich schießen. Das heißt, jetzt nehmen wir mal eins und eins zusammen. Also wenn El Hotzo es völlig fantastisch findet, wenn Faschisten sterben und dann ja eigentlich nur noch die alles entscheidende Frage ist, wer ist jetzt Faschist? Also ich weiß gar nicht, muss ich mir schon Sorgen machen? Also finde ich wirklich einen katastrophalen Tweet. Ich glaube, da hat er auch schnell Reaktionen drauf bekommen. Deswegen wurde der dann kurzerhand später gelöscht von ihm selbst. Inwieweit da jetzt ein Reflexions- oder Lernprozess stattgefunden hat, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Zunächst einmal, ja gut, gelöscht. Wir blicken mal, was hat das für Reaktionen ausgelöst? Und das ist wirklich auch wieder interessant. Ich habe dann mal eine Google-Suche gemacht und einfach geguckt, was ist jetzt in den letzten 20 Stunden an Meldungen gekommen? Ja, wir sehen hier Welt, NZZ, Berliner Zeitung, Bild, FAZ, Tagesspiegel, Nordkurier, Stuttgarter Nachrichten, Fokus Online. Alle berichten über diesen Tweet, der wirklich zu weit ging. Und was fällt auf? Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich konnte kein einziges Medium finden, das dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt, die auch darüber berichtet hätten. Jetzt kann man immer sagen, ja, das ist nicht relevant. Boah, schwierig, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade auch bei Instagram wirklich über die größten Banalitäten ebenfalls berichtet. Und ich weiß, dass es gleichzeitig, während ich es sage, es ist ein schwieriges Argument, weil dieses Relevanzproblem, wenn man das Fass aufmacht, man kann das eigentlich nie werten. Also dann fangen wir nachher an, die Anzahl an Artikeln zu messen. Ja, da gab es 16 Artikel, da gab es nur 8 Artikel. Seht ihr, ihr habt nur das auf dem Schirm und so. Aber dass es gar keine Meldung gab. Also wirklich, ich habe auch bei Instagram, bei den ganzen üblichen Kanälen mal so reingeschaut. Über dieses Ding wird gar nicht berichtet. Wie gesagt, ich bin hier offen. Habe ich hier schon einen falschen Bias, dass ich es erwarte? Ist das schon falsch? Wenn man gar nicht darüber berichtet, dann bestärkt man natürlich auch die ÖRR-Kritiker. Also es ist so ein bisschen schwierig. Macht man dazu was? Sagt man da was zu? Also ich würde schon sagen, dass dieser Post und die Reaktion darauf, das hat Wellen geschlagen. Also das Relevanzargument sehe ich hier durchaus gegeben. Also das ist relevant. Darüber könnte man sprechen. Und eine gewisse Selbstkritik wäre angebracht. Und gerade beim ÖRR ist ja immer die Frage, inwieweit sind sie für Selbstkritik eigentlich offen oder inwieweit funktioniert das? Ich sagte ja bereits, nach kurzer Zeit hatte El Hotzo seine eigenen Tweets gelöscht. Und vielleicht dachte man beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, naja, wenn er sie gelöscht hat, dann hat er doch eigentlich eingesehen, dass das nicht in Ordnung war. Ja, das könnte so sein. Aber danach war ja nicht Schluss. Also er hat ja noch nachgelegt. Und das, was er so nachlegt, zeigt eigentlich, dass er nicht verstanden hat, dass das problematisch ist, wenn man missglückte Attentate betrauert. Also es feiern würde, wenn Attentate gelängen. War das jetzt richtig? Weiß ich nicht. Also er hat danach geschrieben, absolut niemand zwingt einen Mitleid mit Faschisten zu haben. Man kann es ohne die geringste Konsequenz einfach lassen. Ja, das ist sehr richtig, El Hotzo. Das gilt aber einfach nicht nur für Faschisten, wenn du so willst, sondern das gilt im Grunde für alle Menschen. Das gilt für alle Menschen und Lebewesen. Niemand zwingt dich, Mitleid zu haben. Ich kann mich hinstellen, ich kann gucken, wie 500, keine Ahnung, Frauen und Kinder vor meinen Augen geschlachtet werden. Und ich muss kein Mitleid haben. Es ändert gar nichts, ob ich jetzt Mitleid empfinde oder nicht. Deswegen, was ist die Aussage? Naja, die Aussage ist halt schon natürlich grundsätzlich, es sollte man Mitleid haben, denke ich mal bei El Hotzo. Aber bei Faschisten, das ist der Unterschied, bei Faschisten, da ist es dann egal. Und da würde ich dann sagen, sei mutig und sag, nö, es ist eigentlich generell egal. Das stimmt, ja, also wenn man jetzt einfach nur von der kausalen Kette ausgeht, es hat keine Konsequenz, außer eventuell gesellschaftliche Konsequenzen. Also wenn ich da stehe und mir anschaue, wie, weiß nicht, Menschen hingerichtet werden und es berührt mich gar nicht, dann könnte das eventuell auf meine Mitmenschen ein bisschen psychopathisch wirken. Und vielleicht werde ich dann auch aus der Gruppe ausgeschlossen. Und damit das aber nicht passiert bei ihm jetzt, also er ist ja eigentlich okay, aber er macht das ja nur bei Faschisten. Oder beziehungsweise er rät dazu, bei Faschisten kann man das machen. Und naja, ich würde immer sagen, mach dieses zweierlei Maß nicht auf. Wenn du wirklich für mehr Mitgefühl, für Menschlichkeit und so werben willst, dann, es tut mir leid, aber dann darfst du diesen Unterschied nicht machen. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, das große Dilemma, was daraus entsteht, ist immer, wer ist am Ende Faschist? Also ich gehe, also nicht falsch verstehen, ich gehe sogar noch einen Schritt vorher, steige ich schon aus. Also ab dem Moment, wo man eine bestimmte Menschengruppe entmenschlicht, ja, auch Faschisten, auch Faschisten kann ich nicht entmenschlichen. Dieses Konzept geht niemals gut, ja, Entmenschlichung geht niemals gut, das sollten wir aus der Geschichte gelernt haben. Ich mache selten das geschichtliche Fass auf, aber also das ist dieses komische, ja, ich weiß auch nicht, was ich manchmal, was ich so faszinierend finde, vor allem so Leuten wie El Hotze oder so, die ja mit so einem Selbstverständnis an so Sachen rangehen und sich denken, Oh, ich habe aus der Geschichte gelernt, ich habe verstanden, dass die Nazis die Bösen waren. Und das Learning komischerweise daraus ist eben nicht zu sagen, ey, wir brauchen Menschlichkeit, wir brauchen Menschenrechte, wir brauchen Aufklärung. Nein, die Erkenntnis für so jemanden ist komischerweise dann, ach so, es hat nur die Falschen getroffen. Die Juden waren gar nicht böse, ne? Aber hätten wir dieselben Lager für eine andere, also für die wirklich Bösen gemacht, dann wäre okay. Nein, nein, Mann, das ist nicht das Learning daraus. Das macht mich mittlerweile echt, das bringt mich so an die Grenzen meiner Empathiefähigkeit oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also es macht mich fassungslos, wie man das eben nicht verstehen kann. Und dann wird ja immer ganz gerne auch das Toleranzparadoxon zitiert. Ja, und ganz viele, fast alle, die ich kenne, die das dann nutzen, nutzen dieses Paradoxon falsch. Also erstmal ein Paradoxon ist ja ein Paradoxon. Das heißt, es ist irgendwo ein Dilemma, was sich nicht auflösen lässt. Ja, aber ganz viele nutzen dieses Toleranzparadoxon dann so, dass sie sagen, ja, seht ihr, wenn wir zu tolerant sind mit den Intoleranten, dann ist es vorbei. Und dann merken sie gar nicht, dass sie im Prinzip genau diesen Paradoxon-Fehlschluss eben machen und sagen, seht ihr, deswegen müssen wir super intolerant mit Intoleranten sein. Nein, nein, das sagt das nicht. Das sagt, es ist ein Problem, es ist ein Dilemma und man muss gucken, dass man, also das ist einfach super schwer aufzulösen. Und wer es sich da einfach macht, etwas, was schwer aufzulösen ist, wer es sich da einfach macht, der begeht eben einen Fehler. Und das sehe ich hier bei Erhard so ganz klar. Und ich bin ja auch immer ein großer Fan von wohlwollender Interpretation. So, denn der nächste Fehler, den wir jetzt machen könnten, wäre ja zu sagen, ja, der ist böse. Der Erhard so, der ist böse. Nein, auch er nicht. Er wird auch am Ende edle Motive sogar haben, wie alle Menschen. Ja, die meisten, also immer, wenn du einen Menschen fragst, warum tust du das, was du tust? Ja, weil ich will, dass es besser wird für mich, für meine Leute, was weiß ich. Du kannst das dann auch kritisieren, aber aus seiner Sicht heraus will er immer was verbessern. Und ich glaube, Erhard so denkt sich auch, wir haben einen Rechtsruck. Okay, das ist erstmal ja nichts, das darf es halt geben, ist so. Es gab ja auch einen starken Linksruck in den letzten Jahrzehnten. Dann kann es auch wieder einen Rechtsruck geben. So, und die Frage ist aber, wir haben dann natürlich auch dann irgendwann von rechts, dann geht es über zu Rechtsradikal, dann geht es zu Rechtsextremismus. Und spätestens bei Extremismus kommen wir ja immer an diesen Punkt des Toleranzparadoxon. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass auch bei El Hotz so da am Ende so, aus so einer Angst heraus, irgendwie was tun zu müssen, sowas entsteht. Und das ist, also, dass man dann anfängt, auch Gewalt zu rechtfertigen. Und das ist wirklich, ich sehe das mit Sorge, weil das ist immer eine Abwärtsspirale. Und das Interessante ist, dass man sogar bei Leuten, die gemäßigt sind, die ich für einigermaßen clever halte, ich diese Probleme sehe. Heute Morgen saß ich im Auto und habe bei DLF ein kleines Interview mit Sigmar Gabriel gehört. Leider ist es noch nicht hier online verfügbar. Das heißt, ich muss es leider aus dem Gedächtnisprotokoll erzählen. Also vieles war natürlich komplett richtig, was er gesagt hat. Er hat auch darauf hingewiesen, so Gewalt im Wahlkampf und so, das darf es einfach nicht geben. Und das ist im Prinzip das Ergebnis einer stark polarisierten Gesellschaft oder gespaltenen Gesellschaft in den USA. Und dann sagte Sigmar Gabriel, glücklicherweise haben wir diese Situation in Deutschland noch nicht. Und man würde ja sogar bei den Deutschen sogar eher sagen, die demokratischen Parteien sind sich eigentlich sogar noch zu nah. Ja, also manchmal hört man diese Kritik. Und dann habe ich mich gefragt, okay, kommt gleich noch irgendwie ein Take zur AfD, irgendwas. Und er nennt sie nicht explizit, aber er sagt dann, nee, die demokratischen Parteien haben sich ja darauf geeinigt, dass man das eben nicht macht, dass man sich gegenseitig nicht als Feind deklariert und so weiter. Weil das ist das Gefährliche, ja. So spätestens, wenn wir irgendwie immer sagen, diese Position oder dieser Politiker oder diese Partei ist der Feind, dann wird es gefährlich. Weil dann hast du irgendwann den Radikalinski auf irgendeinem Dach sitzen, der irgendwen wegsnipern will. Passiert natürlich in den USA eher als in Deutschland. Aber dann sagte Sigmar Gabriel so einen Satz, also er hat die AfD nicht explizit genannt, aber ja, außer halt bei denen, die die Demokratie angreifen, da könne man dann, und jetzt fehlt mir der Wortlaut, aber da war dann so ein bisschen, da waren die Zügel schon ein bisschen gelockert, da wäre es dann ja ein bisschen okay. Also er hat niemals gesagt, da wäre es okay, die anzugreifen. Aber das sind dann schon die Feinde der Demokratie, ja. Und man hört daraus natürlich, dass damit die AfD gemeint ist. Und da wird es echt wieder so verzwickt, weil, was machen wir denn jetzt? Also sollen jetzt alle demokratischen Parteien kollektiv sagen, ja, wir verhalten uns zueinander eigentlich anständig, außer halt zu den Demokratiegefährdern und denen, die die Demokratie angreifen oder abbauen möchten, da ist es dann okay. Und da frage ich mich dann immer, ja, was stellt man sich denn vor, was dann passieren wird? Dann haben wir zwar keine Spaltung unter den anderen Parteien, aber dann haben wir die Spaltung AfD und Rest. So, und das sehen wir ja jetzt schon, ja. Also AfD ist im Prinzip der ultimative Feind für Medien, für viele Medien, nicht für alle natürlich, weil da entstehen natürlich dann auch alternative Medien oder rechte Medien oder Online-Medien, die das eben dann nicht mehr mitgehen. Und dann entsteht auch eine Spaltung. Und ich weiß nicht, ab wie viel Prozent, also sagen wir mal, die AfD würde jetzt noch weiter wachsen, dann haben wir doch am Ende genau das Gleiche. Also, dann haben wir zum Beispiel 30, 40, 50 Prozent irgendwann, weiß ich nicht, Wahlstimmen für die AfD. Und dann haben wir genau diese Spaltung auch. Das ist ja dann schön, dass die restlichen demokratischen Parteien sich darauf geeinigt haben, das so nicht zu machen. Aber wenn du dann sagst, ja, bei denen ist es okay, dass wir sie als Feind deklarieren, dann entsteht genau das Gleiche. Und ich weiß, das wird mir jetzt wahrscheinlich schon wieder teilweise wütende Kommentare bescheren, weil es dann irgendwie heißt, ja, aber dann wird wieder irgendein Strom angebastelt. Und dann heißt es, ja, Sinan, willst du mit der AfD zusammenarbeiten? Wie kannst du das nicht benennen? Nein, das ist in Teilen eine rechtsextreme Partei. Und ich sehe das auch alles als gefährlich. Und ich sehe auch die Bestrebungen, Demokratie abzubauen und so weiter. Nur die alles entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das dann als mit so einem Feindlabel zu bestücken, das wird nicht funktionieren. Das endet immer nur in einer Spaltung und in einer Abwärtsspirale. Weil dann wird genau das passieren. Es wird auf beiden Seiten dann Überschritte, also Eskalationsstufen werden dann irgendwann gezündet. Und jede Seite wird es auch schaffen, das zu rechtfertigen. Ja, weil die andere Seite ist ja so und so. Und ich kann jetzt nur wieder klingen, wie der absolute Jesus Zentristus, wie ja teilweise meine Kritiker auf Twitter sich über mich lustig machen, was ich völlig okay finde. Aber am Ende ist der einzige Ausweg, wirklich, und da halte ich es mit Robert Habeck, der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist, nicht mehr mitzumachen. Also beim Hass, bei der Polemik, beim Feind, also jemanden als Feind markieren und so, du darfst es nicht mehr machen. Egal wer, egal wer, selbst wenn du da irgendwie einen Höcke sitzen hast, der als der, also selbst wenn du schon gerichtlich irgendwie bestätigt hast, dass man ihn irgendwie Faschisten nennen darf, ich meine sowas gelesen zu haben, selbst da ist es nicht sinnvoll einfach, ihn als den Feind, den Staatsfeind zu markieren. Was soll daraus Positives erwachsen? Ich verstehe es nicht. Also dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und bitte nicht jetzt wieder sagen, ich würde, weiß nicht, dann heißt es irgendwie, ja, du willst mit Faschisten kuscheln. Nein, nix kuscheln. Oder du, weiß nicht, man muss klare Kante zeigen. Ja, meinetwegen, politisch, inhaltlich, klare Kante zeigen. Aber dieses Aufstacheln, dieses Feind markieren und vor allem auch immer dieses Zeichnen einer Dystopie, wenn. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also selbst wenn wir jetzt sagen, irgendwie die Partei wird gewählt und dann, das ist das Ende von Deutschland. Das macht die AfD ja auch ganz gerne. Also dass sie dann irgendwie, das heißt, das ist ja auch das Gefährliche, was mit den Grünen gerade passiert. Also die Grünen werden dann immer markiert, als sie zerstören unseren Wohlstand. Und was löst das denn bei Menschen irgendwann aus? Ja, Angst. Und dann hast du halt zwei Möglichkeiten, Flucht oder Angriff. Und manche werden dann wahrscheinlich sagen, ja, ich muss, keine Ahnung, grünen Politiker angreifen. Warum? Um unser Land zu schützen, vor dem Untergang. Wir müssen aufhören, diese Untergangsszenarien zu zeichnen. Und dass das manche Medien nicht machen werden, ist mir klar. Ja, weil daraus entstehen Klicks, daraus entsteht Geld. Aber wenn jeder, und damit meine ich jetzt wirklich jeden, der hier irgendwie das Video guckt, das gucken ja leider nicht so viele. Ich bin immer der Meinung, mehr solche Ausgewogenen oder solche Töne wären einfach mal schön. Aber jeder, der, also man kann sich immer selber fragen, bin ich ein Teil dessen? Und ich kann euch vergewissern, man merkt das teilweise gar nicht. Also ich war früher auch definitiv radikaler in meinen Worten. Und es gab eine Phase, da war ich so sauer auf die Bild-Zeitung und habe gesagt, die sind schuld. Das ist der Feind, was weiß ich. Also ob ich so genau gesagt habe, weiß ich nicht. Aber ich habe das in dem Moment gar nicht, gar nicht gecheckt. Ich habe gedacht, nee, das ist so, da müsste jetzt einer mal mit dem Hammer drauf oder so. Also ich habe das alles selber durch. Nur du, irgendwann muss man zu der Erkenntnis gelangen, das führt einfach zu nichts. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist zu sagen, egal wer gewählt wird, wenn alle sich an die Spielregeln halten und wir müssen davon ausgehen, alles andere führt halt einfach nur in so ein absolutes anarchisches Chaos. Wenn sich alle mehr oder weniger an die Spielregeln halten, dann wird nicht das ultimative Böse oder die totale Dystopie eintreten. So, und jetzt kann man dafür werben, dass man den eigenen Weg eben bestreiten sollte, weil das vielleicht der bessere oder die bessere Strategie ist, was auch immer. So, und zu guter Letzt möchte ich noch, ich habe ja gesagt, ich bin nicht die Humorpolizei und viele fragen sich jetzt vielleicht so, ja, kann man da überhaupt Witze drüber machen? Und ich finde, das Titanic-Magazin hat hier richtig einen rausgehauen. Und was total unter die Gürtellinie geht, wir gucken einmal, er schoss nicht zum ersten Mal, das ist der Trump-Attentäter. Und wir sehen hier Alec Baldwin. Und manche werden sich vielleicht erinnern, Alec Baldwin hat auf einem Filmset eine Kamerafrau irrtümlich erschossen, weil die Filmwaffe war nicht mit Platzpatronen, sondern mit einer echten Patrone gefüllt. So. Und jetzt könnte man ja überlegen, ja, das findest du jetzt witzig. Ja, erstmal abgesehen davon, ja, ich find's witzig, aber nicht, weil ich, also, das ist nochmal ein ganz anderes Humor-Theorie-Thema, warum ich das lustig finde. Aber die Frage ist ja, ist das jetzt nicht das Gleiche? Und ich denke nicht, also das Gleiche, wie jetzt irgendwie El Hotzo gemacht hat. Nein, hier wird einfach, es ist super makaber. Es wird was anderes dazugezogen. Es ist komplett schwachsinnig. Ja, man kann sagen, geschmacklos. Es ist ganz geschmacklos, natürlich für die Familie der erschossenen Kamerafrau. Das ist geschmacklos für Alec Baldwin. Das sehe ich alles ein. Aber es markiert hier, also es zeigt eigentlich nicht, dass man es gut oder schlecht fände, wenn irgendwie ein Präsident stirbt. Das wird nicht Gewalt verherrlicht. Das ist eigentlich nur absolut böse. Aber, und jetzt sind wir wieder bei diesem Humor-Thema. Wieso finde ich das lustig? Weil halt mit so einer Erwartungshaltung gebrochen wird. Und mit Erwartungshaltung brechen ist einfach immer im Humor-Bereich etwas, was man machen kann. Alec Baldwin's Gesicht in dem Zusammenhang zu sehen und er schoss nicht zum ersten Mal. Das ist alles einfach so. Und wirklich, ich kann verstehen, wenn ihr uns sagt, geschmacklos ist nicht okay. Aber es markiert halt keinen Feind. Also, das ist für mich bitter, böse Satire. Die ist aber erlaubt für mich. Die ist in Ordnung. Man fragt ja immer, was darf Satire? Ich finde, das darf sie schon. So, und jetzt habe ich ganz, ganz, ganz viel gequatscht. Ich freue mich auf die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ich irgendwo einen Denkfehler habe, ob ich irgendwas nicht richtig bewerte. Also, lasst es mich wissen und ansonsten immer friedlich bleiben.